Was ich tue, ich mache den Menschen oder ich bringe den Menschen die Möglichkeit das Leben einfacher zu machen. Ich habe ein wundervolles Motto, das heißt mach es einfach und dann mach es einfach und das bringe ich in jeder Form in das Leben der anderen Menschen. Weil ich für dieses Thema, also mach es einfach und dann mach es einfach absoluter Spezialist bin. Ich habe ein Buch beschrieben, nämlich dieses hier, das Acht macht des Lebens mit dem Untertitel mach es einfach und dann mach es einfach und es gelingt mir immer wieder die Leute dafür zu faszinieren und dazu zu bringen, dass sie ihr eigenes Leben durch diese Geschichte einfach erfolgreicher gestalten, in allen Bereichen.